Hallo und herzlich willkommen zum vierten Teil unserer Skyrider Drohne und dann schauen wir einmal kurz in das Heft. Hier wird zum ersten Mal auch das FPV-Fliegen erläutert, wie das funktioniert, was man alles braucht, welche Brillen es gibt, Neuerungen, Zubehör wie Bildschirme und Videosender, wie sowas dann am Bildschirm aussieht sieht man auch, welche weitere Ausrüstung man noch so benutzen kann. Wir kennen ja schon die Blattwaage, dann gibt es noch Lipo-Bags zur Sicherheit, Taschen, noch mehr Brillen, Akkus und natürlich nicht zu vergessen dieses Lesegerät für die Speicherkarte später. So einen Überhang braucht man jetzt nicht unbedingt, aber vielleicht doch eher eine Lötstation wäre sinnvoll. Und dann kommen wir schon zur nächsten Bauphase. Die Bauphase 14 und im Paket war unter anderem diese große Platte, das ist die Hauptplatte von dem Copter, ein Propeller, dann haben wir schon mal drei, ein Regler, noch ein paar Abdeckungen und noch ein paar LEDs für einen weiteren Arm. Die LEDs kann man erstmal wegpacken und den Propeller. Wir kommen jetzt zum nächsten Teil. Ich habe schon mal alles ausgepackt, die Schrauben hingelegt und schaue mir das Ganze erstmal an. Und zwar brauchen wir die Klettbänder aus einem der letzten Pakete und die muss man laut des Bildes einmal einfädeln und zwar die raue Seite Richtung des Chassis und die andere Seite nach oben. Und schon kann man dort dann einen Akku befestigen. Ich lasse das jetzt erstmal so lose, dass ich gleich beim nächsten Bauschritt das besser festschrauben kann. Ich mache mir eben Platz. Und zwar benötigen wir dieses Landegestell aus einem der anderen Teile, was wir schon gebaut haben. Ich drehe es eben noch zurecht. Und zwar kommt das dann so auf diese Seite dran. Das sieht man hier nochmal ganz genau, was vorne ist, was hinten. Schaut euch unbedingt die schönen Bilder an. Da seht ihr nochmal alles, wie das festgemacht wird. Und zwar mit Muttern und Schrauben ganz einfach gelöst. Leider ist das Landegestell da nicht klappbar, aber das hat den Grund, weil dann dort die Kamera befestigt wird. Da sind die Löcher für die Muttern. Die muss man so ein bisschen reinfriemeln, das ist vielleicht ein bisschen schwierig. Nehmt euch vielleicht den Schraubenzieher zur Hilfe, der mitgeliefert wurde. Und ich lasse das mal eben etwas schneller laufen. Übrigens waren die Schrauben dazu in einem der anderen Typen, die wir mal geliefert bekommen haben und nicht wussten, was wir damit anfangen sollten. Ich finde das ein bisschen schade, dass das so unterschiedlich geliefert wird. Aber so macht das eigentlich schon einen sehr stabilen Eindruck. Hier sieht man nochmal, wie das dann aussieht. Und das passt mit unseren überein. Als nächstes soll der Regler einfach nur provisorisch an das Chassis befestigt werden. Das werde ich jetzt auch einfach mal tun. Der Regler ist schon vorgelötet und wird einfach nur mithilfe von Tesa befestigt. Übrigens hat der Regler 20 Ampere. Das ist für die Größe super und ich denke, bald werden die nächsten kommen. Und so könnte der Regler dann in Zukunft im Chassis-Fahrer ankert sein. Als nächstes kommen wir zu diesen Teilen. Und zwar brauchen wir nur das rote kleine für den Arm, der noch nicht fertig ist. Das schwarze kommt erst später dran. Dann haben die wieder etwas zu viel geliefert. Aber wir müssen dann darauf aufpassen, dass wir natürlich nichts verloren gehen lassen. Und das Ganze schön verpacken in den Karton, wo der Rest drin ist. Das ist eine kleine Prima-Arbeit, aber das kriegt ihr sicher super hin. Und schon ist es drin. Die Oberseite ist immer noch geöffnet. Und hinten sind die Arme dann schwarz. Das ist ja auch der hintere Arm. Und die bleiben erst mal ab, weil das erst später draufkommt, wenn der Regler durchgeht. So, und dann war es das schon. Hier sieht man nochmal eine schöne Übersicht, was wir schon gebaut haben. Und auf der gegenüberliegenden Seite sieht man dann, was wir noch an Einzelteilen haben. Und dann sieht man mal, wie viele Schrauben wir noch zur Verfügung haben. Also passt auf, dass die nicht wegkommen. Ich packe die restlichen Sachen noch in die Tüte rein. Und das Ganze kommt dann in meinen großen Pappkarton. Der Prop und die LEDs, die über sind, kommen ebenso verpackt dort rein. Und dann sind wir schon am Ende. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn mal der ein oder andere Kommentar hinterlassen wird. Vielleicht einen Daumen nach oben. Oder wenn ihr einfach mal meinen Blog besucht. Dort findet ihr nämlich auch noch ein paar Detailbilder und noch die anderen Teile mit Bildern. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.